Deshalb ist es hier im Bürgerpark ganz schön, da gibt es auch abs, 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 abs und zu mal. So, ein Gummarsche Kapell, Rostblütenfest in Dreieisch-Sprendlinge. Da auf der Anfahrt die GoPro immer wieder den Geist aufgegeben hat, heute mal mit ein bisschen schlechterem Ton direkt in der DJI Pocket. Gucken wir uns mal um, alle. Gucken wir uns mal um. 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 Gucken wir uns mal um.